Musik Ich habe vor einiger Zeit schon ein Video für euch hochgeladen, wie ich mein selbstgemachtes frisches Einkornbrot selber backe. Und diesmal werde ich euch jetzt aber nochmal eine komplett glutenfreie Variante vorstellen. Auch wenn das Einkorn ja gutes Gluten enthält, wie ich euch ja in dem Video erklärt habe. In dem Video, ich werde es euch hier oben verlinken. Heute aber trotzdem nochmal ein komplett glutenfreies Brot, für die, die einfach wirklich Probleme damit haben bei der Verdauung. Und dieses Haferbrot ist nicht nur glutenfrei, sondern auch noch fermentiert, damit ihr da auch keine Verdauungsprobleme haben könnt. Denn auch Hafer hat nämlich in der Schale Antinährstoffe, die wir natürlich durch einen richtigen Kochprozess, Backprozess, Vorbereitungsprozess, wie fermentieren, keimen oder einweichen, zu einem Großteil reduzieren können und uns einfach das ganze Endprodukt viel bekömmlicher gestalten können. Also heute eben ein fermentiertes, glutenfreies Haferbrot für eure Gesundheit. Und es schmeckt auch super lecker. Also das Haferbrot und das Einkornbrot sind meine absoluten Staples und meine absoluten Favorites, wenn es um Essen geht und die mache ich auch regelmäßig, zusammen mit eben Kefir. Also ja, kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Es ist auch nicht kompliziert zu machen. Es ist wie das Einkorn. Brot, man muss sich nur ein bisschen, ein paar Tage vorher überlegen, möchte ich in ein paar Tagen mal ein Brot essen und einfach dann einfach anfangen mit dem ganzen Prozess, weil der Prozess selber dauert über ein paar Tage, aber du musst aktiv nur sehr, sehr wenig machen. Und da ich doch sehr oft darauf angesprochen werde, werde ich das noch ganz kurz erklären. Ich werde oft gefragt, muss ich denn unbedingt mein Korn fermentieren oder einweichen über Nacht? Und ich kann immer nur sagen, ja, ich empfehle es wirklich wärmstens. Denn, ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich schon für die, die meine Videos öfters angeguckt haben, in der Schale von sowohl Hülsenfrüchten als auch Getreide sind sehr, sehr viele Antinährstoffe. Diese Antinährstoffe sind zum Beispiel komplexe Zuckermoleküle oder Phytinsäure, das bekannte Beispiel, oder eben auch Gluten. Und durch diese uralten Methoden eigentlich, die die Völker jahrhundertelang praktiziert haben, haben auch Keimen gehört dazu, werden diese Antinährstoffe für uns schon vorverdaut. Also wir können danach ein viel bekömmlicheres Endprodukt zu uns nehmen und haben viel weniger diese Blähungen, Bauchprobleme und denken meistens, es liegt irgendwie am Korn selber, meistens liegt es an der Zubereitung vom Korn. Und es verursacht nicht nur irgendwelche Darmprobleme, sondern diese Antinährstoffe blockieren auch die Nährstoffe von den guten Dingen, die in unserem Korn oder in unserer Linse oder in unserer Bohne drinnen sind. Und über Jahre irritiert das natürlich dann den Darm, wenn wir immer was essen, was uns wirklich schwer bekommt. Und auch wenn wir am Anfang kein Leaky Gut haben oder keine Disbalance im Darm, kann sich das eben über die Jahre dann entwickeln. Und deshalb sollten wir einfach achtsam damit umgehen, wie wir manche Dinge zubereiten. Und noch eine ganz coole Sache, es macht nicht nur das Lebensmittel mehr verdaulich, baut blockierende Antinährstoffe ab, sondern es wurde auch mal eine Studie durchgeführt, bei der sie untersucht haben, wie viel Vitamin C und B ein Korn vor einer Keimung hatte und wie viel danach. Und es hat sich in diesem Keimprozess der ganze Nährstoffgehalt so deutlich erhöht. Also es hatte das Endprodukt, das keimte Korn hatte, viel mehr Vitamin C und Vitamin B, was einfach nur echt prima ist. Genau, das noch als kurzes Intro und Erklärung, warum es doch jetzt so lange dauert, das Haferbrot, ein bisschen länger eben auch als ein Korn, aber warum ihr das vielleicht einfach doch euch die Zeit nehmen solltet und einfach da trotzdem nicht stressen, seid geduldig, denn es lohnt sich auch zu warten. Genau, also jetzt geht's los mit dem Video bzw. mit dem Rezept. Für dieses selbstgemachte fermentierte Haferbrot nehmen wir auf jeden Fall erstmal frische Haferkörner. Wir nehmen also nicht die Flocken, sondern diesen Nackthafer. Ja, komischer Name, aber so heißt es im Bioladen oder im Reformhaus kriegt ihr diesen sogenannten Nackthafer. Und den weisen wir jetzt einfach für so circa 6 Stunden einfach mal mit einer großen Portion Wasser ein. Schaut einfach, dass alle Körner auf den Grund der Schüssel einfach absinken und ich würde präferiert warmes Wasser benutzen, denn dann geht dieser ganze enzymatische Prozess von den Zersetzungen der Antinährstoffe in den Haferflocken bzw. in den Haferkörnern ein bisschen besser. Es muss aber nicht unbedingt warmes Wasser sein. Die weichten Haferkörner standen jetzt seit doch 12 Stunden über Nacht einfach auf der Küche, auf dem Küchentisch rum und man kann auch wie gesagt 6 Stunden machen, aber ich würde einfach mal 12 Stunden machen, weil dann ist das Einweichen nochmal effektiver und der Teig wird danach einfach nochmal ein bisschen weicher. Aber falls ihr im Zeitdruck seid, dann könnt ihr einfach auf 6 Stunden reduzieren. Jetzt wird erstmal die Körner abgewaschen und das Wasser weggeschüttet. Die frisch abgewaschenen Haferkörner kommen jetzt alle in einen Mixer und dazu kommt noch ein bisschen frisches Wasser. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. So sollte eure fertige Teigmasse dann aussehen. Ich muss ehrlich zugeben, es riecht schon wunderbar herrlich nach frischen Haferflocken und das Ganze tut ihr jetzt einfach in eine frische Schüssel umfüllen. Wir schnappen uns wieder ein Tuch, machen das komplett nass und das feuchte Tuch bedecken wir jetzt mit dem feuchten Tuch bedecken wir jetzt die Schüssel und lassen den ganzen Spaß jetzt nochmal so 12 Stunden stehen an einem warmen Ort. Im Originalrezept stand dran, dass man es in den Ofen tun sollte bei 35 Grad für die 12 Stunden. Das mache ich aber ehrlich gesagt nicht, weil ich möchte das Rezept alltagstauglich machen und ich werde nicht den ganzen Tag nämlich daheim hier rumhocken am Ofen und möchte auch nicht, dass der den ganzen Tag an ist. Das heißt, wir machen es einfach so, dass wir 12 Stunden einfach an einem warmen Ort irgendwo im Haus stehen lassen. Ich werde es wieder in der Küche stehen lassen, weil hier ist es immer am wärmsten, wenn man einfach kocht und so. Und dann sehen wir uns in 12 Stunden nochmal. So, 12 Stunden später sieht das Ganze so aus, also hat sich nicht großartig verändert. Jetzt fügen wir noch ein bisschen Salz hinzu und danach kommt alles in eine Brotbackform. Ich habe wieder so eine längliche und die kleide ich einfach mit ein bisschen Backpapier aus, damit da nichts hängen bleibt oder kleben bleibt und der Abwasch einfach leichter fällt. Der Teig sollte auf jeden Fall schön fluffig sein und leicht zum Durchrühren. Also mit dem Löffel solltet ihr total leicht durchkommen und genau, sollte auf jeden Fall ein bisschen sich luftig anfühlen, wenn ihr mit dem Löffel da so rumrührt. Zu den Einweichzeiten, wenn euch zum Beispiel nach 6 Stunden auffällt, wie bei mir vorher, boah, ich habe jetzt irgendwie keine Zeit, den Teigansatz zu machen, kann man die Haferkörner auch 12 Stunden ankeimen lassen oder anfermentieren lassen, besser gesagt. Und auch den Teig hier, falls ihr auf einmal merkt am Abend, boah, ich habe jetzt keine Zeit, den Teig sofort in den Ofen zu schieben, ich will schon schlafen gehen oder so, dann lässt ihn einfach 24 Stunden lang gehen. Also für den Teig schlage ich sofort 12 bis 24 Stunden gehen lassen an einem warmen Ort. Je länger natürlich, desto besser, aber ich kann auch 12 Stunden, wenn ihr noch Lust habt auf euer Brot, dann back ich es nach 12 Stunden und die Körner so zwischen 6 und 12 Stunden einkeimen bzw. fermentieren lassen. Ihr könnt natürlich selbstverständlich noch irgendwelche Nüsse in euer Brot tun oder mit irgendwelchen Gewürzen es verfeinern, aber ich mache jetzt einfach ein ganz normales, stinknormales Haferbrot. Und das Ganze kommt jetzt noch für ca. 60 bis 70 Minuten, also schon am besten nach 60 Minuten mal vorbei, wie der Teig sich so gemacht hat im Ofen, bei 180 Grad unter Oberhitze in den Ofen. So, so sieht das fertige Haferbrot aus. Ein bisschen bröseln tut es, aber nicht stark, ansonsten hält es ganz gut zusammen. Würde man noch ein bisschen mehr Zucker in den Teig tun oder ein bisschen mehr Salz, dann wäre es ein bisschen fester. Man kann es natürlich auch noch ein bisschen mit Joghurt vermischen, dann bröselt es überhaupt nicht, aber ansonsten ist es super frisch und schmeckt auf jeden Fall auch super, super lecker. Die ganzen Zutaten, beziehungsweise ein paar Sachen, auf die ihr achten solltet, habe ich auch wie immer in der Infobox für euch nochmal aufgeschrieben. Also schaut da vorbei, wenn ihr euch das Video nicht tausendmal angucken wollt, worüber ich mich natürlich auch freue, aber ich verstehe, wenn ihr auch Besseres zu tun habt. Dann, was ich noch sagen möchte, ist, es ist ein bisschen bröseliger, also das Einkornbrot, was ich schon gemacht habe, ist viel, viel fester und kann man auch viel besser mitnehmen. Das Haferbrot finde ich ein bisschen bröseliger, was ja ganz klar ist, hat ja keinen Gluten, was alles so schön zusammenklebt, aber es hält trotzdem gut zusammen, das Haferbrot, also nicht enttäuscht sein. Ich würde es aber trotzdem euch empfehlen, es einfach so als ein Brot zu haben, das man frisch backt, daheim hat und irgendwie jetzt nicht zum Mitnehmen, sondern einfach so zum Daheimessen. Und ich finde, es schmeckt übrigens super lecker, wenn man das so in Öl tunkt. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man Salat gegessen hat, dann hat man danach ja noch die Soße. Ich persönlich tunke das immer ganz gerne aus mit Brot. Es schmeckt super lecker, aber auch pur mit Olivenöl oder auch mit Butter. Mag es mein Papa zum Beispiel sehr gerne. Wenn man das allererst einmal reinbeißt, ist es ein bisschen fast schon ungewohnt bitterlich, also hat so eine leichte, bittere Note, aber die vergeht echt, wenn man ein paar Mal gekaut hat und sich irgendwie an diesen Geschmack ein bisschen gewöhnt hat und wie gesagt, sobald ihr irgendeinen Aufstrich drauf habt, merkt man diesen leicht bitteren Geschmack überhaupt nicht. Es schmeckt wie gesagt sehr gut. Ihr müsst nur aufpassen mit dem Bröseln. Ein bisschen Bröseln tut's, aber es ist wirklich kein Act oder so. Das Brot fällt euch jetzt nicht auf der Hand. Falls ihr wollt, dass das Brot komplett nicht bröselt, weil es euch ein bisschen nervt, dass es bröselt, ihr könnt natürlich auch einfach zwei Eier reinhauen. Dann hält das Brot super zusammen. Eier hält es nämlich auch wie Gluten, alles schön beieinander. Ich wollte das Brot nur auch noch komplett vegan gestalten für diejenigen, die vegan leben und auch auf Gluten komplett verzichten wollen. Dann wird es ein bisschen bröselt, aber wenn ihr zum Beispiel Eier reintut, dann habt ihr auch das minimale Bröselproblem auch geklärt. Ich hoffe, ihr probiert's nach. Lasst mir gerne euer Lieblingsbrotrezept vielleicht in den Kommentaren da. Ich probiere nämlich gerne neue Rezepte aus. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder bei einem neuen Video. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Bis dahin. Tschüss! Bis dann. Tschüss! Bis dann. Tschüss! Bis dann. kiire